Wir wissen in deinem Bereich relativ wenig und durch das geht es darum, dass man das, was man weiß, schlussendlich auch zumindest einmal nach außen trugt und auch dort dementsprechende Ansätze zur weiteren Entwicklung setzt. Wir sehen uns als Impulsgeber für Humusaufbau bzw. Förderung der Bodenfruchtbarkeit. Das ist unser Ansatz. Wir sind kein klassischer Verein, sondern es ist nur eine Bewegung, wo sehr viele, die sich um das Thema bemühen, ganz einfach mitgehen mit uns. Natürlich geht es auch um finanzielle Geschichten, oft müssen Dinge abgerechnet werden. Für die steht da im Hintergrund ein Verein, faire Bio-Getreide-Vermarktung ist ein gemeinnütziger Verein, der das Ziel verfolgt, stabile Partnerschaften zum Haum und einen fairen Handel. Und der macht sozusagen die ganze Abwicklung von der Humus-Bewegung. Gleich zu meinem Betrieb. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Erwachsene, lebe in oberen Waldviertel, ganz an der tschechischen Grenze, vier Kilometer von der Tschechei weg. Wir haben 60 Hektar landwirtschaftliche Fläche, Rinder und Schweine, sind seit 91 Bio, seit zwei Jahren Umstellung auf Demeter. Und versuchen halt seit vielen Jahren durch die regenerative Landwirtschaft Humus zum Aufbauen. Ich weiß aber ganz gern hin, also das ist zwar ein errechneter Wert, aber wir haben ca. 72 Tonnen Regenwürmer und 600 Tonnen Mikroorganismen, für die wir schlussendlich in unseren Böden verantwortlich sind, die wir auch füttern müssen und die wir auch dementsprechend behandeln müssen. Also das ist das, was man auch immer nicht aus den Augen verlassen sollte, dass man dort eine Verantwortung hat, denen gegenüber. Es gibt einen Leitspruch, der begleitet uns sozusagen schon seit vielen, vielen Jahren. Und der heißt, lass alles beim Alten und du wirst die größten Veränderungen erleben. Also das heißt, das Leben ist permanent im Wandel, es ändert sich permanent alles. Das Einzige, was man sagt, was beständig ist, ist die Veränderung. Und darum geht es auch darum in der Landwirtschaft. Wir müssen schlussendlich permanent Anlassungen machen, damit wir sozusagen den Herausforderungen der Zukunft entsprechen. Ich bin ja doch sehr viel in der Beratung tätig und das, was mir dann sehr oft auffällt, ist, dass Betriebe halt nicht wirklich ein richtiges Ziel haben. Und das ist auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen ganz einfach unser eigenes Ziel vom Betrieb dementsprechend definieren. Und unser Betriebsziel ist sozusagen definiert mit, das haben wir dann auch niedergeschrieben und das kann ich nur an jedem empfehlen, das wirklich einmal niederzumschreiben, also langfristig die größte Menge an Lebensmitteln mit einer hohen inneren Mehrstoffdichte und keiner chemischen Belastung zu produzieren. Das ist eigentlich unser Ziel, das, was wir sozusagen einmal definiert haben. Es geht natürlich auch um Kontrolle, also wie kontrolliert man dann sozusagen, ob man erfolgreich ist. Und in diesem Fall machen wir das auch über die Öko-Region Keindorf. Also wir schauen auch dort, wir machen dort mit bei den Humus-Zertifikate. Und da kann man zumindest, oder hat man dann die Kontrolle, ob man auch wirklich langfristig Humus aufbaut. Andere Dinge, die kann man ja schlussendlich relativ gut messen. Erträge kann man messen, den Nährstoffdichte, da wird es oft schon schwieriger. Also das ist erst das Thema, das, was man in Zukunft auch erwirbt, wo man dann auch in Zukunft viel mehr Augenmerk drauflegen wird, ob jetzt in den Lebensmitteln viel Nährstoffe drinnen sind oder wenige Nährstoffe drinnen. Ich glaube, dass sich dort in den nächsten Jahren auch viel verändern wird und das wird in Zukunft viel mehr Augenmerk bekommen in der Lebensmittelproduktion. Also, an dem, was ich ganz gerne auch immer erwähne, weil er sozusagen auch Teil einer Friedensbewegung ist und ich finde, er hat ganz gute Ansätze, ist der Dr. Daniele Ganser, ist ein Schweizer Historiker und Friedensforscher. Und er sagt, glauben Sie nicht alles, was Sie denken und glauben Sie nicht alles, was die anderen denken. Ich finde, das ist so ein idealer Lebenssatz, wo man sagt, okay, immer das eigene Denken hinterfragen, ob man dort vielleicht falsch liegt, aber auch nicht alles glauben, was sozusagen irgendwo nach außen tragen wird. Sehr oft gibt es dort noch Zwischenthemen, die man sich ganz einfach auseinandersetzen kann. Wenn man sich die Entwicklungen anschaut beim Menschen, gibt es ja zwei Entwicklungsmechanismen. So meine ich das ganz einfach jetzt einmal. Das eine ist der Leidensdruck. Menschen entwickeln sich sozusagen nur noch gleich, wenn sie einen Druck spüren oder einen Druck rühren, sei es politischen Druck, sei es finanziellen Druck, sei es wie es momentan ist. Also der Druck vor die Wetterextreme wird immer mehr. Das sind alles Drücke oder Leidensdrücke, mit denen, was man sich auseinandersetzen muss. Das sind die einen Entwicklungsmechanismen, wo sich Menschen bewegen. Und der zweite Mechanismus ist die Sehnsucht. Und das ist mein kleiner, also von meiner Nichte, der Sohn, und der hat so eine riesige Sehnsucht permanent mit Raktor zum Fahren. Und da sieht man schon die Sehnsucht eigentlich, wie er die antreibt eigentlich vor jungen Jahren. Und ich würde mir wünschen, dass sich die Sehnsucht für das Wissen von einer lebendigen Erde viel mehr entwickeln darf für die Menschen. Also dass man sich mehr Sehnsucht, also nicht so warten, bis Druck von der Politik oder von irgendwo kommt, sondern wirklich, dass man sagt, hey, ich habe Sehnsucht danach, mehr darüber zu wissen. Über das, was sich im Boden drin anspült, über das, wie funktionieren die Mikroorganismen, wir kommunizieren die miteinander. Über die Dinge, ganz einfach versuche, dort mehr zu wissen drüber. Und diese Sehnsucht, das würde ich mir wünschen, wenn mir das sozusagen heute gelingt, ein bisschen zu wecken bei den Menschen. Weil ich glaube, wenn wir alle miteinander eine Sehnsucht hier entwickeln, in Richtung gesunder, fruchtbarer, lebendiger Boden, beziehungsweise Erde, dann sind wir auch bezüglich Klimawandel einen riesigen Schritt weitergekommen. Gut, wenn man sich jetzt nachschaut, Humus oder Erde natürlich, wird ja sehr oft als Dreck bezeichnet. Gibt es unterschiedliche Formen, die anderen sagen halt, ja, da ist nur ein kleiner schwarzer Schmutz. Erde ist aber ganz was anderes, meiner Meinung nach. Erde ist ein wahnsinniger Lebensraum, ist eigentlich ein Organismus, wenn man es genannt. Es gibt verschiedene Formen für Humus, beziehungsweise jeder beschreibt dann Humus anders. Es hat einmal eine russische Wissenschaftlerin gegeben, die hat, oder Mathematikerin, die hat einmal Humus sozusagen in eine Formel gebracht, und hat dann eine Formel entwickelt, hochkomplex, diese Formel für Humus. Ja, muss man sagen, was hilft mir das? Eigentlich hilft mir das nichts, wenn ich da eine Riesenformel weiß. Aber man sieht nur, dass das irrsinnig komplex ist. Wenn man dann weiterlässt, zum Beispiel Wikipedia oder die Bodenkunde, beschreibt eben, Humus ist die Gesamtheit der fein zersetzten organischen Substanzen des Bodens. Ja, jetzt kann man sagen, okay, nur weil das fein zersetzt ist und organische Substanzen, es ist ja da schwer messbar, das ist halt das Problem. Der Aristoteles hat schon 500 vor Christus gesagt, Humus, das ist das lebendige Erdreich. Es ist kein Parameter, sondern ein Vorgang. Also das ist schon eher das, was ich eher als Humus bezeichne, wo man sagt, okay, es ist eigentlich lebendig und es ist ein laufender Prozess, ein Vorgang, der sich permanent verändert und was man schlussendlich steuern kann, in gewissen Bereichen positiv, aber auch nicht. Der Francier hat gesagt, Humus ist ein Prozess, der muss am Laufen gehalten werden und ich finde, das ist auch so eine typische Aussage, wo man dann sieht, okay, wenn man nicht irgendwas dazu beiträgt, dann baut sich Humus sukzessive an und schlussendlich, irgendwann verändert sich der Prozess in eine Richtung, wo man dann sozusagen nicht mehr braucht oder wo einem dann nicht mehr hilft und darum müssen wir alles daraus setzen, damit wir den Prozess des Humus am Laufen halten. Also ich glaube, das ist eines von den wichtigsten Dingen, das, was schon sehr viele niedergeschrieben haben und ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Gesellschaft auch gekommen. Wenn man jetzt mal über Humus oder über Bodenleben redet, kommt man natürlich relativ schnell auf viele Dinge. Ich habe einmal ein paar hingeschrieben. Das erste ist natürlich der Regenwurm. Also unter Bodenlebewesen versteht man natürlich einen Regenwurm, der wird halt auch sehr, wenn man reingeholt, okay, sieht man recht, oft hoffe ich zumindest, dass er da ist. Es geht vor allem um die tiefgrabenden Regenwürmer, um den Lumbrikus terrestris, also der, was wirklich den Boden von oben nach unten aufmacht, damit auch das Wasser im Boden sozusagen auf- und absteigen kann. Und der wiederum auch Wurzeln in tiefere Schichten ermöglicht, zum Eindringen durch die Röhren. Dann gibt es eben ganz viele größere Tiere, die man auch sieht mit freiem Auge, so wie Gliederfüße, Arsdeln, Springschwänze. Dann wird schon ein kleiner, die Fadenwürmer und die Einzeller, Pilze und Bakterien, über die wird mehr oder weniger sehr oft negativ berichtet oder die werden sehr oft, als die unter Anführungszeichen feindig sind. In Wahrheit ist aber das so, dass die Pilze und Bakterien ja den Riesenteil ausmachen im Boden und die sind aber auch für alles zuständig. Und dort gibt es natürlich auch ganz wenige kleine Gruppen, also das sind im 1%-Bereich, die halt dann schlussendlich schädlich sind oder schlussendlich eine Arbeit machen, die was wir nicht wollen. Wenn der Mensch einen Föller gemacht hat im Boden, dann entwickeln sich halt andere Organismen. Wenn man nur die verschiedene hernimmt, also sehr oft hat es halt mit dem Luftmangel zu tun, dass sich halt noch irgendwelche Schadbakterien und Pilze dementsprechend entwickeln. Aber wenn man sich da anschaut, Bodenleben, wenn man das redet, oder Bodenlebewesen, wenn man über das redet, muss man sagen, okay, ist das jetzt noch alles ein Bodenlebewesen oder fällt da noch was Gravierendes? Das ist jetzt so die Frage, ich kann sich ja jeder mal Gedanken machen, ob ihm da irgendwas einfällt, was Gravierendes, das was fällt. Weil meistens ist es so, dass man einen Teil von den Bodenlebewesen quasi komplett vergisst. Also Bodenlebewesen funktionieren nur, wenn Pflanzen da sind. Also wenn man die Pflanze, also es gibt da den schon einen Spruch, der besagt, wenn man dem Boden die Pflanze nimmt, wird er unfruchtbar. Also das heißt, die Pflanze ist sozusagen derjenige, der die ganzen Bakterien, Pilze, Asylbiose eingeht, füttert, schlussendlich durch die Photosynthese, Energie im Boden einbompt. Und auch wiederum die abgestorbenen Teile, wiederum Teil für Futter für andere Lebewesen sind. Also ohne Pflanze gibt es mehr oder weniger keinen gesunden Boden beziehungsweise kein Boden mehr oder weniger auf Dauer nicht gesund und fruchtbar gehalten werden. Mir ist das aus dem Grund so wichtig, dass man auf das so eingeht, weil man schlussendlich sehr oft in der Landwirtschaft dann dazu neigt, dass man die Pflanzen wegrationalisiert und glaubt, okay, meine Kulturpflanzen, die genügt. Lange Zeit im Jahr hat man aber dann den Boden vielleicht schwarz und da muss man bewusst sein, dass man eigentlich die Lebensgrundlage für das Ganze eh davon nimmt. Wenn man sich dann die Entwicklung von den Kulturpflanzen anschaut in den letzten, sag ich mal, 100 Jahren oder so, kann man sagen, okay, früher war es so, die Pflanzen haben durchwegs niedrigere Erträge gehabt, aber ein irrsinnig hohes Wurzelleistung. Ich habe da mal nur in so einem Ballen von einer Untersaute reingestellt, also die, was auch gezüchtet ist wiederum für Wurzelleistung und wenn man sich dann im Gegenzug anschaut, die Pflanzen, so wie es halt standardmäßig jetzt nicht mehr sind und wenn man sich dann anschaut, wie hoch der Spross ist in der Relation zu den Wurzeln und dann da sieht man, dass das Problem, was wir haben in der Landwirtschaft sehr oft beruht, dass man die Wurzelleistung sozusagen weggezüchtet hat aufgrund von Ertrag. Also man hat nur geschaut, ob möglichst viel Ertrag oberirdisch und unterirdisch sozusagen, die Wurzelleistung ist mehr oder weniger verloren gegangen beziehungsweise hat keiner irgendwie so einen Blick gehabt. Es gibt ja die Berechnungen mittlerweile, die Studien, die Belegen, dass, wenn man sich nur den Nährstoffe ausschaut vom Oberbereich, wenn man so eine Begrünung einfräst oder einarbeitet den Boden, dass von Oberbereich nur noch gleich 8% von der Masse wieder rückgeführt wird in den Bodenstoffwechsel, der Rest geht verloren. Von den Wurzeln sind das über 45% oder 48%. Also das heißt, wir müssen uns wieder mehr konzentrieren auf Wurzelleistung von den Pflanzen und dort mehr Augenmerk drauflegen, dass man sagt, okay, wie schaffen wir es, dass wir die Wurzelleistung in unseren Kulturen wieder erhöhen. Der Hintergrund oder warum ist das so, man sieht die Bilder überall, die Böden haben das Leben verloren, den Zusammenhalt verloren, die Krümelstruktur verloren und dann, sobald dann ein Niederschlag kommt, wenn er dann einmal kommt, dann nimmt er natürlich den Feinboden mit, weil der Boden quasi keine runde Krümelstruktur nicht hat, sondern eine reine Einzelkornstruktur. Der Unterschied zwischen einer Einzelkornstruktur und einer runden Krümelstruktur ist im Schluss einlegt, Einzelkornstruktur ist mechanisch zertrümmert, wie auch immer, entweder mit Maschinen oder eben auch durch den Frost. Die runde Krümelstruktur ist lebend verbaut, sagt man so schei, also das heißt, da haben sie Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, alles mögliche, hat sie zusammen da und hat sie dort ein sogenanntes rundes Krümel gebaut und dieses ist dann auch außer stabil. So schaut zum Beispiel ein lebendverbauter Boden aus, also wenn eine runde Krümelstruktur ist, das heißt so zwei bis fünf Millimeter sollen die Krümel groß sein, eher so eine runde Form sollen sie haben. Wenn die eher so eine runde Krümelform haben und alle ziemlich gleich groß sind, dann weiß man, dass der lebend Verbauer in diesem Boden relativ gut funktioniert hat und dieser Boden ist dann auch sehr wasserstabil, der kann dann irrsinnig viel Wasser aufnehmen beziehungsweise infiltrieren, nach unten ableiten, ohne dass dort noch was mitgeschwemmt wird und das Wasser, das was dann dort durchgeschwemmt wird, ist auch gleich wieder sauber, das kommt dann ohne Feinerde, also Feinbestandteile raus. Warum ist das so? Wie entsteht da so wasserstabiles Krümel? Die Grafik kennen eh relativ viel, aber ich finde das so genial und durch das habe ich es auch ganz gern immer wieder drinnen, dass man darauf hinweist. Also so ein rundes Krümel besteht immer aus einem Kern einer organischen Substanz und rund um diesen Kern der organischen Substanz entwickeln sie dann Tonminerale, Quarzgestein, die dann wiederum durch verschiedene Minerale zusammengeklebt werden und da drinnen entsteht dann sozusagen eine Art Raum, Luftraum beziehungsweise Wasserraum für Mikroorganismen. Da gibt es eben auch die, die dann wenig Luft brauchen, es gibt dann auch die, die dann mehr Luft brauchen und je nach dem ist das dann der Lebensraum für die und je nach dem siedeln sie sie dort dann an und bilden dann dementsprechend die runden Krümel. Die zusammengeklebt wird das quasi alles mit zum Teil Bakterienschleim oder eben auch die Huminstoffe. Die Huminstoffe sind ja die Teile, die schlussendlich den Boden dann auch die fortgehen. Darum sind auch die Huminstoffe oder ist die Huminstoffentwicklung im Boden ein klares Zeichen, ob Mikroorganismen arbeiten und dort sozusagen runde Krümelstruktur aufbaut wird oder nicht. Was natürlich dann auch noch dort mit einspült, ist dann die Krümel außen, also wenn man die im Innern sind sozusagen hauptsächlich Bakterien aktiv, in außen sind dann sehr viele Pilze unterwegs, Pilzhüfen ist da symbolisch ein Ja-Zeichen, Pilzhüfen sind ja dann größere Lebewesen, die dann wiederum die ganzen Krümel untereinander dementsprechend verbinden und die dann Nährstoffe weit weg zueinander reichen, also über die Pilzhüfen werden dann sozusagen Nährstoffe hin und her gereicht, der bekannteste Pilz ist ja der Mycorrhiza-Pilz, der wird sehr oft erwähnt, der halt auch, wo sogar die Pflanzen so weit gehen, dass sie den Pilz in sich einwachsen lassen und dadurch dann Nährstoffe allen voran Phosphat kriegt. Wo entstehen so Krümel beziehungsweise wo findet man noch so Pilze? In einer die Königin sozusagen der Fruchtbarkeit zahlt die Pilze. Im Ackerbau sind sie natürlich sehr schnell zerstört, weil halt die Pilze eher so ein langes Geflecht sind und wenn man sich natürlich vorstellt, dass so ein Bakterium, wenn man damit eine Gruppe durchzieht, okay, das kann noch irgendwo ausweichen, das hat noch irgendwie eine Chance zum durchkommen. Also ein Pilz Hüfe, wenn man sich die anschaut, so ein langer Faden, der durchgezogen wird durch viele Bereiche, der wird natürlich relativ schnell zerstört und schlussendlich getötet beziehungsweise gehängt. Wenn man sich einmal Mykorrhiza-Pilze ausschauen will, beziehungsweise suchen will, wenn man in einen Urwald geht, in wo viel Totholz ist, in Buchenwäldern, dann kann man dort durchaus Mykorrhiza-Pilze finden. Man erkennt das an so einem weißen Geflecht, man sieht das da relativ schein, das schaut ein bisschen aus wie Wurzeln, das sind aber Pilze, man riecht auch relativ eindeutig, wenn man dort riecht und man spürt auch das, das sind so leicht schleimige, nach Pilze riechende Fäden, die über weite Strecken miteinander vernetzt sind. Wenn man sich jetzt Lebensprozesse im Boden anschaut, ich forderten, können sich relativ gut und soweit es geht natürlich entwickeln, am Ocker schaut natürlich die Welt anders aus und trotzdem sollte man darüber nachdenken, wenn man sich über das Thema Bodenfruchtbarkeit mit denen auseinandersetzt, was sind dann optimale Lebensprozesse für die Boden Lebewesen beziehungsweise was brauchen die und da kommt man dann eben relativ schnell zu dem Punkt natürlich noch nah Lebewesen wurscht was für das sind immer gleich brauchen Nahrung ohne Nahrung irgendwann eine Zeit lang halten man es aus irgendwann ist vorbei das Interessante ist dass Bakterien zum Beispiel dort noch relativ lang ausharren also da gibt es Bakterien die was man gefunden hat im Salz die Millionen vor Jahren eingeschlossen waren und wie man es wieder rausgenommen hat waren die trotzdem wieder aktiv und haben sich wieder vermehrt andere wiederum sind relativ schnell wecker gibt die haben einen engen und schnellen zyklus vermehrungszyklus andere wieder sehr langsamen vermehrungszyklus wenn man sich nur die photosynthese bakterien hernimmt die haben ja einen zyklus der da die leben in die spalten von den blättern da gibt es ein blatt wenn man das unter dem mikroskop ausschaut schaut so aus wie eine gebirgslandschaft und im Tal unten drinnen leben noch die bakterien und die haben einen zyklus einen vermehrungszyklus vor 28 Tagen das heißt die brauen relativ lang bis die in die gänge kommen hingegen andere wieder vermehren sich explosionsartig innerhalb von minuten beziehungsweise sekunden das zweite was man braucht oder was lebensprozesse im boden brauchen sind natürlich die steuerung der temperatur das sind alles dinge wo der mensch eingreifen kann beziehungsweise eingreifen sollte wie gesagt wir brauchen temperaturen wo noch lebensprozesse möglich sind wenn man jetzt den sommer hergeht und hat einen schwarzen boden zum beispiel hat man relativ schnell temperaturen von 45 bis 50 grad und man weiß ob 42 grad gering sozusagen eiweiß das heißt die mikroorganismen geht es genauso wie uns menschen wenn wir mehr fieber haben wir 42 grad wird schwierig zum überleben da haben wir dann echte problem und der geht es genauso und da sterben dann natürlich sehr viele an darum heißt temperatur temperatursteuerung das ist ein wesentlicher punkt den was man sich anschauen muss und das dritte ist auch die steuerung der feuchtigkeit beziehungsweise natürlich die die das wasser ist ein thema wird immer mehr zum thema es kommt entweder eine lange zeit gar nicht oder auf einmal ganz viel also darum ist ganz wichtig dass wir da eingreifen und sagen okay wir können den wasserkreislauf steuern und das werden wir sich dann genauer anschauen woran man dort arbeiten kann damit man was verändert was haben jetzt alle drei gemeinsam sozusagen wenn man sich die lebensprozesse im boden anschaut und die nahrung die steuerung der temperatur die steuerung der feuchtigkeit was braucht es überall es braucht überall pflanzen also so schließt sich wieder der kreis also ohne pflanzen gibt es keine steuerung weder für die nahrung es gibt keine nahrung nicht ohne pflanzen die temperatur man weiß dass bewachsene böden über den winter wärmer sind und im sommer kühler sind man weiß dass pflanzen quasi durch den so durch den transpirations so den das wasser vertief unten auf verholen sie können regen der was hoch aber fällt durch die blätter abpuffern dass der boden nicht zerschlagen wird also alles das sind dinge wo pflanzen enorm viel dazu beitragen damit die steuerungen der lebensprozesse gut funktionieren schauen wir sich ein paar einzelheiten an also die gehen wir mal auf die nahrung ein also wie schaut die nahrung aus von den mikroorganismen da gibt es natürlich oberirdisch die kia aber wenn man sich dann anschaut unterirdisch wie werden die mikroorganismen gefüttert und da haben wir so eine schöne aufnahme wo man das richtig scheiß sieht den erdanhang an den wurzeln da sieht man so scheiß wie die symbiose zwischen pflanzen und mikrobiom gut funktioniert die pflanzen scheidet quasi zucker oder verschiedene stoffe aus damit die mikrobiologie anlockt die wiederum löst nährstoffe gefüttert die lebt und löst nährstoffe die was wiederum die pflanzen nutzen kann zum wachstum also das ist ein geben und ein nehmen permanent im boden und das wenn man das so vor augen sieht dann muss man sagen also da das macht richtig eindruck also man kann natürlich auch mit mikroskop tiefer reinschauen das macht auf alle fälle auch sinn ein vortragender in einer Uni hat einmal gesagt wenn sie kein Fan von Mikroorganismen sind dann sind sie nicht nur in meinem Vortrag falsch sondern sogar auf diesem Planeten und das kann ich irgendwie noch bestätigen ich bin mittlerweile ein riesiger Fan von Mikroorganismen Waren wenn man dann einmal ein Auge dafür hat und das einmal sieht was sich unten anspült oder auch wenn man es nicht mit dem freien Auge sieht aber man kann sich irgendwann einmal rein fühlen in das Ganze und sich sofort okay wenn er an den Wurzeln ist dann weiß ich meine Pflanzen und meine Biologie arbeiten miteinander die zwei die sind hochaktiv und entwickeln sich momentan unsere Kulturpflanzen machen ja das auch natürlich eine Pumpen aber sie machen das nur bis zu einem gewissen Bereich und ob Ehrenschirm also Pflanzen sind ähnlich wie die Menschen sehr egoistisch sobald es quasi nur mehr um die Nachkommen geht also sprich bei Ehrenschirm bei den Pflanzen hören die Pflanzen auf oder im Wesentlichen auf die Mikrobiologie zum Füttern und dort ist auch unser Ansatz dann erstens von der regenerativen Landwirtschaft oder dort müssen wir auch als Landwirt aussetzen dass man sagt okay wir können dann den Zeitpunkt überbrücken wenn jetzt man weiß okay von Ehrenschirm also das ist dann irgendwo beim Getreide Mitte Mai oder so auch Mitte Mai bis zur Ernte das ist eben dann Juni Juli August irgendwo in deinem Bereich bis du hier hummert mein Mikrobiom das heißt ich muss Möglichkeiten schaffen dass ich das überbrücke und das sind immer die Dinge wo wir begonnen haben mit Untersotten im Getreide dass sämtliche Früchte so gut es geht mit Untersaaten beziehungsweise Beisaaten ausgestattet damit sobald das Getreide abreift schlussendlich unten wieder kleine Pflanzen sind die Aufgabe des Füttern zu übernehmen natürlich gibt es andere Geschichten wie man Nahrung sozusagen im Boden einbringen kann sehr oft ist das Thema Mob Crasing ein Thema was passiert beim Mob Crasing es wird sozusagen Grünmasse an der Oberfläche mehr oder weniger ein Großteil zertrampelt beziehungsweise gefressen durch den Verbiss werden die Pflanzen wieder angeregt zum Wachsen das heißt sie pumpen wieder Energie im Boden rein die Rinder scheiden ja dann ein Kot aus der Kot beimpft sozusagen das Grünmaterial das was an der Oberfläche ist es entsteht dann so ein Fermentations Prozess also ein Einbau im Boden und so erhöht man natürlich auch sehr stark den mikrobiellen Input im Boden ist natürlich nicht für alle Regionen beziehungsweise für jeden ein Thema aber das sind Lösungen die was man vielleicht da reingekauft wo man sagt für den einen oder anderen ist das vielleicht eine gute Möglichkeit sich mit dem auseinandersetzen die nächste Geschichte was man sich überlegen muss das ist was wir auch sehr stark versuchen jetzt habe ich da irgendein Fehler gemacht wie habe ich das jetzt gemacht so die 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 sogenannte flächenrotte das heißt dass man macht ein grünmaterial oder baut ein grünmaterial an der oberfläche an bringt das dann sehr flach im Boden ein damit es beimpft wird mit mikroorganismen vom Boden und dass so möglichst viel von der grünmasse an der oberfläche einbaut wird in den bodenstoff wechseln das ist ein Thema mit dem was man sich auseinandersetzen kann wo man schlussendlich die mikrobiologie füttert damit die steigt im Boden gut das nächste thema was wir angehen ist die steuerung der temperatur also wie steuere ich temperatur ist natürlich klar jetzt kann jeder sagen naja ich kann jetzt nichts dafür wenn plötzlich die sonne runterbringt mit 36 grad das ist über tage hinweg ich kann die sonne da dran ich kann keinen schirm aufspannen das ist mir alles bewusst aber es gibt natürlich möglichkeiten um das mikrobiom im boden zu schützen und da ist ganz einfach ganz klar ein blanker schwarzer boden hört sich natürlich viel viel mehr auf als wenn zum beispiel eine begrünung drauf steht und wenn man Begrünungen möglichst eine biodiverse drauf steht hat dann hat man natürlich dort sofort auf der einen seite der beschattung auf der anderen seite dann schutz vor den mikroorganismen und gleichzeitig wiederum pumpen diese pflanzen ja energie im boden rein damit das mikrobiom wieder gefördert wird also das ist eins von den sachen wo man wirklich sehr stark darüber nachdenken soll dass man in den heißen phasen schauen soll dass man möglichst immer einen bewuchs drauf hat auf die flächen und möglichst keine schwarzen flächen nicht bei hitze irgendwo ausgesetzt hat das was ja mehr oder weniger doch die meisten wissen alle die die schon mal in den Wald spazieren gegangen sind wissen dass im Wald ist immer andere Temperatur als im Freien im Sommer ist es kühler im Winter ist wärmer und darum das ist auch was was man sich in gewisser Hinsicht zunutze machen kann wo man vielleicht langfristig in manche Gebiete nachdenken wird messen ob man nicht dieses System Wald irgendwo nutzen kann oder soll weil das eine einfache Möglichkeit ist alleine durch die Beschattung auf der anderen Seite auch durch die tiefe Durchwurzelung entsteht ein anderer Wassertransfer im Boden also das sind Dinge wo man sagt da kann man darüber nachdenken natürlich kann man Wald nicht überall pflanzen beziehungsweise ist der Wald dort wo er ist aber man kann es über Systeme nachdenken so wie Agroforst wo man sagt in manchen Gebieten kann das ganz einfach durchaus eine Option sein um Böden zu kühlen man hat zusätzlich einen anderen Nutzen dass man eine zusätzliche Ernte hat also wenn man das klug macht kann man in Summe sozusagen die Erntemenge erhöhen oder den Ertrag erhöhen von der Fläche es geht auch nur darum es muss irgendwie auch politisch oder fördertechnisch relativ einfach umsetzbar sein weil da scheitern momentan sehr viele Betriebe das ist ganz einfach ein derartiger Aufwand die ganze Digitalisierung und das und dann wenn einmal dort ist bringen nicht mehr weg und so und das sind lauter Dinge wo man auch politisch arbeiten muss dass man sagt okay die Dinge die müssen in Zukunft einfacher gehen damit das auch umgesetzt wird weil das glaube ich da sehe ich irrsinnig viele Chancen gerade im Trockengebiet dort die langfristig aufrecht zum halten und das letzte der dritte Punkt ist dann die Steuerung der Feuchtigkeit also das heißt wie gesagt natürlich können wir alle miteinander nicht den Ring steuern also wir können jetzt nicht sagen na gut wir brauchen jetzt einen Ring und jetzt lassen wir es halt mal ringer oder so wie es heuer teilweise gewesen ist wo man sagt okay naja jetzt war es dann schon wieder mal gemurzen Dramen halt oh das können wir nicht machen also Regen ist halt mit dem müssen man so leben so wie er ist das was wir machen können oder wo wir arbeiten müssen ist dass wir mal versteinern wie entsteht Regen wie entwickelt sich der warum entwickeln sie momentan die Niederschläge so wie sie entwickeln und das ist einmal der Grundstock denn was man mal vielleicht wissen sollte damit man sich dort ein bisschen einstellen kann drauf Ingmar Prohaska unser Außennetz Mitarbeiter hat ja einmal eine Grafik erstellt sozusagen eine Animation wie Regen entsteht also wenn man Regen entsteht durch die Feinteile die was in der Luft schweben die was ausgeschieden werden von den Pflanzen dort haften sie Wasserstoffe ohne Traum und die steigen ganz einfach auf und je nach dem wie die Haftung ist von den Ganzen je nach dem Stein die Höhe auf oder niedrig auf und es gerade im Wald durch die ganz vielen feinen Teilchen entsteht sozusagen da relativ schnell ein starker Regentropfen und der fällt dann relativ schnell wieder zu Boden bzw. löst sich auf das zorgt damit der sauberen Luft also das sind die Teilchen die Aerosole die die dort an docken an die Pilzsporen und an die Bakterien und an die Pflanzen Partikel und die docken sich sehr stark an und durch das weil die Wasserstoffionen sehr stark vorhanden sind entsteht sobald das in die Luft steigt ein so derartiger Gewicht dass der dann relativ schnell wieder zerfällt hingegen wenn die Luft zum Beispiel verschmutzt ist und wenn da sehr viele Feinteile in der Luft sind sehr viele Partikel dann steigt sozusagen die die der Wassertropfen viel höher in die Höhe und wenn er stärker in die Höhe steigt entsteht dann klassisch so wie da bei der verschmutzten Luft die Wassertropfen die binden sie nicht zusammen sondern die schwirren nur da drinnen um in ein Feinstaub Molekül und durch das haben sie dann nicht das Gewicht das wieder runterfallen sondern steigen viel höher in die Luft und kommen dann natürlich als stark Niederschlagsereignisse beziehungsweise Hageln wieder zur Erde zurück also das heißt jetzt natürlich können den Feinstaub nur bedingt beeinflussen das heißt okay wenn man bei der Landwirtschaft bleibt sagt man okay man soll keine Bodenbearbeitung nicht machen wenn es extrem trocken ist und extrem staub auf der anderen Seite ist natürlich der Feinstaub auch sehr stark von Auto abgeriebt von die Asphaltstraßen generell von die ganzen Ausgasungen von überall dem geschuldet also dort muss man natürlich auch schauen dass man seine Hausaufgaben macht aber auch die Landwirtschaft hat dort einen gewissen Teil dazu zum Beitragen und kann dort auch auf alle Fälle was beitragen aber wenn man sich das dann natürlich vor Augen führt muss man auch sagen okay wenn man wieder zurückdenkt wenn man wieder zurückdenkt kann man sagen okay je mehr als wir sozusagen biodivers auf unsere Böden unterwegs sind und damit mit größeren Pflanzenfamilien sprich im Agroforst oder Bäume wenn dort die Luft dementsprechend begleitet wird von Ausscheidungen von Pflanzen oder von Bäumen die Aerosole dann entsteht automatisch wieder ein Mikroklima und es regnet dort dann auch tendenziell wieder öfter weil das Wasser nicht so hoch aufsteigt wenn es verdunst und womöglich durch die durch die Wind und Luft und die Strömung ganz woanders hüttrungen wird sondern dann bleibt es wieder eher in der Region und kommt nicht irgendwo dann als Starkregen wieder nieder was natürlich auch noch ein Thema ist um das was man sich kümmern muss wenn man sich um das Thema Wasser beziehungsweise Wasserhaushalt kümmert ist Böden die zum einen sehr verdichtet sind oder dicht gelagert da ist ja ein wesentlicher Unterschied eine Verdichtung wird aktiv gemacht eben durch schwere Geräte eine Dichtlagerung kommt zustande mit durch Nährstoffungleichgewichte im Boden wenn die aus dem Gleichgewicht sind die Nährstoffe dann lagert der Boden dicht das heißt er verlegt sie in ganz dünne Schicht und es entsteht nicht die scheine runde Krümelstruktur die was wir wollen und sobald der Boden dicht gelagert ist oder eben verdichtet durch große Maschinen entsteht sozusagen Wasserstau im Boden also das heißt die Pflanze kann immer zu deinem Wasser beziehungsweise die Nährstoffdynamik im Boden wird eine andere also das heißt die gasförmigen Nährstoffe gehen 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 den Boden immer auf und ab unter anderem auch natürlich der Wasserstoff und durch das verhungern dann auch die oder verdürschen dann auch die Pflanzen und das zweite ist eben dass die Pflanzen nicht tief vorabekommen mit der Wurzel weil es den Verdichtungshorizont dann nicht durchbrechen kann beobachten kann man das dann natürlich auch mit der Sonde also am Spaten sieht man eher den Oberboden da sieht man das mit der Sonde da prüft man sozusagen ist der Boden nach unten schaufen beziehungsweise gibt es irgendwelche Verdichtungsschichten wenn das so ist da muss man sich ganz einfach drum kümmern so das heißt wenn man sich mit dem Thema Wasserhaushalt und Pflanzen also Mikrobiomfütterung und Temperatursteuerung auseinandersetzt bleibt nichts anderes über als dass wir die Landwirtschaft neu denken wir messen unseren gesamten Fokus in der Landwirtschaft in Richtung humusreiche lebendige Erde richten das heißt das Edaphon das Mikrobiom muss im Vordergrund steuern und alle Handlungen die man als Landwirt sozusagen setzen soll man dort oder messen dort schlussendlich hinsetzen dass man das immer möglichst viel fördern und möglichst wenig stören es gibt ein paar nicht beeinflussbare Faktoren die man als Landwirt nicht beeinflussen kann man kann die Textur nicht beeinflussen man kann das Relief nicht beeinflussen schlussendlich auch ein Niederschlag habe ich schon gesagt die Tageslänge oder auch die Wärmesumme das sind alles Einflussfaktoren das Mikrobiom im Boden beeinflussen also die all diese Dinge sind ganz einfach ein Faktum der was nicht beeinflussbar ist bei uns aber es gibt ganz viele Punkte die wir beeinflussen können oder die was der Bauer beeinflussen kann das eine ist eben die Krümelstruktur also wenn man schaut dass man dementsprechend ja möglichst eine ideale Krümelstruktur zusammenbringt das heißt nicht zu grob also nicht zu viel Luft drin hat auch nicht Zwangluft drin im Boden sondern möglichst eine ideale Mischung man sagt ja man soll 25% Luft 25% Wasser 45% Minerale und 5% Humus im Boden haben das ist sozusagen der ideale Boden und da geht es eben darum die Luft kann ich natürlich beeinflussen durch die ja Bodenbearbeitung schließlich zu viel ist schlecht wenn der Boden wieder zusammenfällt und es ist Zwangluft drin dann ist das auch mehr oder weniger für nichts gut die Durchwurzelbarkeit ist auch so ein Thema also da sind wir wieder da unten okay kann man mit der Sonde kann man das relativ gut testen komme ich mit der Sonde rein ist das gut durch Hurzelbohr oder nicht das sind Dinge die was man ganz einfach hin und wieder ausschauen sollt der Humus geholt natürlich der ist auch beeinflussbares Landwirt also ich kann Humus relativ schnell verhorzen und ich kann mich auch am Humus aufbau kümmern das ist die Entscheidung des Landwirts Verbrenner ist meistens relativ einfach aufbauen ist meistens relativ schwierig das ist der Grund warum man dort genau hinschauen soll dass man dort möglichst wenig Föller macht die Wasseraufnahme Fähigkeit da sind wir auch wieder dort dass man die Größe der Grümelstruktur genau dementsprechend einstellt und auch den Boden permanent bewachsen hält weil bewachsener Boden nimmt ganz einfach das Wasser auf krümeliger nicht bewachsener nicht die Bodentemperatur da bin ich auch wieder dort wenn ich Pflanzen drauf setze habe ich die Temperatur gesteuert die Nährstoffdynamik steuert der Bauer da geht es auch darum die richtigen Nährstoffe zum richtigen Zeitpunkt dass die verfügbar sind gerade Calcium ist sehr oft so ein Thema im Jugendstadium das Calcium schnell verfügbar ist oder eben blockiert wird durch andere oder dass das Calcium andere Nährstoffe blockiert kann genauso sein also es gibt dort immer verschiedenste Dynamiken und die muss man ganz einfach hin und wieder beobachten und auch mal genauer ausschauen und die biologische Aktivität natürlich ist auch beeinflussbar vom Bauern noch wenn der Bauer sozusagen dementsprechend viel fördert da bin ich wieder dort wenn man den Boden die Pflanze nimmt wird er unfruchtbar das heißt wenn er permanent Pflanzen drauf hat immer grüne Bestände wird auch die biologische Aktivität dementsprechend höher sein was gerade landet dann natürlich tun oder um was geht es dann die Anpassungen sind die Düngung anpassen Fruchtfolge sehr oft merkt man bei den Betrieben wenn man draußen ist dass sie entweder gar keine Fruchtfolge haben oder eine sehr einseitige Fruchtfolge das ist eins von den großen Baustellen die es sehr viel gibt weil schlussendlich alle marktorientiert sind es wird rein für den Markt produziert da spielt eben dann die Fruchtfolge oft nicht das Thema und da sollte man wieder ein bisschen umdenken an dass man sagt die Fruchtfolge sollte eigentlich an erster Priorität stehen und an zweiter dann ist der Markt die Bodenbearbeitung wie gesagt so viel wie nötig so wenig wie möglich das sind so die Dinge Bodenbearbeitung je weniger was man machen kann so besser ist natürlich aber es hilft nichts man muss auch dementsprechend Bodenbearbeitung machen damit man auch die Kulturpflanzen die was man ja kultivieren will dementsprechend dann Erfolg hat und man braucht ja auch einen Ertrag weil man ja immerhin auch leben muss Begrünungen Begrünungen sind auch die Dinge die was man anpassen kann Pflanzerschutz kann man auch schauen okay und was ist notwendig damit man sozusagen möglichst gesunde Pflanzen auf die reihe kriegt und die Vitalisierung ist eben auch wir arbeiten ja von der Humusbewegung sehr stark mit Vitalisierungen aber auch im Bio-Bereich mit Komposte und so Pflanzen Vitalisierungen da gibt es mittlerweile viele weil es darum geht die Pflanzen möglichst zur Höchstleistung zu bringen von an Input in den Boden wir arbeiten ja noch der regenerativen Landwirtschaft die regenerative Landwirtschaft ist sozusagen die Basis wo wir begonnen haben dann durchaus auch umzudenken also gekommen sind wir aus der Direktsaat wir haben seit 2000 seit dem Jahr 2000 beschäftigen wir mit Direktsaat und sind seitdem abfluglos die Schwierigkeit dort war natürlich dann dass wir nicht verstanden haben dass die Nährstoffdynamik andere ist und sobald die Nährstoffdynamik sozusagen sich verändert ist das Problem dass die Pflanzen dann natürlich wo mögliche dahin hungern oder dass sie Dichtlagerungen im Boden entwickeln und lauter so Sachen und darum muss man gerade wenn man sich mit regenerativer Landwirtschaft oder minimaler Bodenbearbeitung auseinandersetzt muss man ganz einfach die Basensättigung also den Pool wo sie die Pflanzen ernähren anders den Blick haben als wenn man pflügt über tiefe Schichten und den Boden sozusagen permanent sehr stark mineralisiert da sind dann die Sachen ein bisschen weniger Thema obwohl es auch auf lange Sicht meistens nicht gut geht aber wie gesagt die fünf Schritte der regenerativen Landwirtschaft sind nicht einmal der Ausgleich der Basensättigung der steht an erster still und das hat einen Grund warum man an erster still steht weil viele Betriebe quasi irgendwo anfangen und dann schlussendlich lange Zeit nicht den Erfolg zusammenbringen und dann was wollen wenn sie ganz vorn dort einen Völler drinnen haben dann die Felder permanent begründ halten mit Untersäten und Zwischenfrüchten das habe ich schon gesagt die kann es nur wiederholen es geht um das Mikrobiom im Boden dort müssen wir das Augenmerk hinsetzen wir brauchen sozusagen dort ständig Wein der was das füttert durchgängig über das ganze Jahr und da bleibt halt nichts anderes über als dass wir sich über die Dinge Gedanken machen derzeit steht unter Untersäten und Zwischenfrüchte ich möchte das noch ergänzen mit Beisäten Beisäten ist ein riesen Thema mittlerweile also wir arbeiten in Beisäten sogar bei Kartoffeln wir haben heute mit dem Fibel einen Versuch gemacht Kartoffeln mit Beisäten wo genau dasselbe Thema Kartoffeln der Tamm der hört sich irrsinnig auf wenn es heiß wird und wenn dort natürlich eine grüne Pflanze steht und so bleibt der ganz einfach gekühlt und hält das Wasser viel besser und hält auch die Pflanzen gesund das sind Dinge wo wir noch viel lernen müssen oder werden in den nächsten Jahren da heißt es viel Versuche machen in deinem Bereich was für Kulturpflanzen passen dort am besten hinein es gibt auch viele die Erfahrungen haben mit eben wie verhinderte Drahtwurmen da gibt es eben wieder Pflanzen die die Dinge schlussendlich auch positiv verändern hat auch wiederum die Gründe der Drahtwurm der natürliche Feind von Drahtwurmen ist ja seine Pilze und wenn wir dort dann in die Beisarten sozusagen Pflanzen eingeben die was sehr stark mykorizieren oder die pilzliche Flora sehr stark fördern dann ist sozusagen das wiederum der Gegenspieler von den Drahtwürmern so kann man sich auch an das Thema herantasten und das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr spannend dort dementsprechend der Weiterentwicklung zu sehen und zu machen das dritte ist dann die Flächenrotte beziehungsweise Sappet Bereitung also da geht es ja darum so habe ich auch schon gesagt dass 8% der oberirdischen Masse oder die Nährstoffe die in der oberirdischen Masse drin sind werden nur im Boden eingebaut also 8% das ist eigentlich gar nichts jetzt habe ich da an der Oberfläche relativ viel Material und ich verpuffe das sozusagen in die Energie oder die ganze Energie in das ja ins All oder also nicht in die Luft oder eben es wird ausgeschweimt im Boden und macht dann auch wiederum Probleme und dort geht es eben darum durch die sogenannte Flächenrotte also das heißt mit Milchsäurebakterien diesen Prozess steuern damit der Prozess des Einbauens der oberirdischen Masse in den Tonhumus Komplex besser funktioniert dass man dort sozusagen besser werden und die runde Grünelstruktur sich entwickelt das nächste ist den Boden beatmen durch schoneten Eingriff mit lockerer und sofortiger Leben verbauen da geht es eben darum wenn der Boden nach unten zu ist wenn man dort Dichtlagerungen oder Verdichtungen hat dann muss man ganz einfach dort eingreifen das heißt jetzt nicht dass man mit einem tiefen Lager ein fahren soll sondern das heißt dass man das genau beobachten soll wo sind meine Dichtlagerungen oder meine Verdichtungen und es geht nur darum diesen Horizont zum Aureißen dass die Wurzeln hat irgendwie eine Chance hat dort wieder zum Einnehmen langfristig müsste es so sein dass die Wurzeln quasi die Verdichtung wieder aufbauen da geht es ganz feine Risse machen im Boden nur wenn so ganz feine Risse entstehen wo die Wurzeln rein wachsen kann dann bleibt der Boden wieder stabil wenn man lockerer an sehr groben Boden aufreißt dann rinnt die Feinerde sozusagen wieder in die Risse rein und es entsteht die nächste Verdichtung wieder das heißt die Verdichtung wird dann noch stärker durch die innere Erosion als was vorher war und das ist was man verhindern soll und drum wenn man lockert immer mit sofortigen Leben verbaut also das heißt immer Pflanzen reinwachsen lassen ja und der Punkt fünf ist dann gesunde Pflanzen durch Vitalisierung das heißt wir brauchen sozusagen eine Höchstleistung an Photosynthese auf den Beständen nur wenn die Photosyntheseleistung extrem hoch ist von den Pflanzen dann schaffen wir es auch die Biologie extrem stark zum Fördern und das wiederum baut ja dann schlussendlich auch Humus auf also wenn wir Humus aufbauen wollen dann müssen wir schauen dass wir wirklich vitale gesunde Pflanzen haben die Höchstleistung an Photosynthese bringen das kann man auch messen mit einer Pricks Messung zum Beispiel und kann sich das auch anschauen okay wie geht es meiner Kultur gerade und wenn die jetzt aus irgendeinem Grund weil es halt weiß ich nicht kalt ist oder was auch immer oder trocken oder oder zu feucht oder zu dicht oder was auch immer dann kann ich mit einer Vitalisierung vielleicht wieder einen Schub geben damit es wieder ein bisschen an an weitere Feinwurzeln macht und dementsprechend das Mikrobiom wieder aufbaut Gut das Buch Regenerative Landwirtschaft von Dietmar Neser kann ich noch empfehlen das ist so ein wirklich gutes Handbuch wo mehr oder weniger die regenerative Landwirtschaft sehr gut beschrieben ist man hat da drinnen auch wirklich mehr oder weniger Anleitung wo sie immer beginnen und und man alle die was in Dietmar keinen wissen das wissen was der hat ist gewaltig es ist nur die Frage wie setzt man sich in der Landwirtschaft um und da geht es uns auch so dass man sehr viele Dinge theoretisch wissen wie es gehört aber halt auch in der Umsetzung natürlich noch ich sage jetzt mal zum Teil sehr schwach sind wenn es dann gelingt dass man die Böden ausgleicht die Basensättigung ausgleicht und das haben wir ja durchaus schon geschafft mittlerweile bei vielen die bei vielen Födern die was wir gehabt haben wir haben am Anfang ziemlich viel auch falsch gemacht weil wir das gar nicht verstanden haben was heißt das die Basensättigung ausgleichen was heißt das den Boden dementsprechend zu lockern wir haben teilweise ja überlockert dann auch wieder zu eingelockert und bei der Basensättigung auch falsche Dünger verwendet und lauter so Sachen sind natürlich passiert obwohl das eh relativ klar ist aber wenn man das einmal drauf hat kommt man plötzlich in ein Fortwasser rein wo man sagt man kriegt scheine Bestand also das sind meine Erdapfeln Bio man kriegt reine Bestände man kriegt gute Erträge wir haben die letzten Jahr also letzten vier Jahre permanent kontinuierlich steigende Erträge gehabt und das ist für mich auch so ein Zeichen wo ich sage okay passt jetzt sind wir am richtigen Weg trotzdem die Wetterlagen unterschiedlich sind extrem trocken extrem nass kontinuierliche Erträge und das ist das was man sehr erwarten kann wenn man dementsprechend auch mit Humus gehört dann ein bisschen in der Höhe ist das was auch interessant ist ist Leguminosen gerade Ackerbraunen Erbsen und so werden immer gesagt wachsen nicht das ist halt natürlich wir haben das trauen wir mittlerweile zum sagen in ganz Österreich einen massiven Schwefelmangel Leguminosen sind sehr Schwefelbedürftige Pflanzen wenn ein massiver Schwefelmangel ist haben die natürlich riesige Mangelerscheinungen und große Probleme seitdem wir um die Dinge gekümmert haben und schauen dass wir einen Balance haben es geht jetzt nicht darum viel Schwefel zu düngen sondern es geht darum die Nährstoffe in den richtigen Verhältnissen zum Bereitstellen zum richtigen Zeitpunkt und dann geht so wichtig die Post ab bei den Kulturen und sind dann total stabil im Ertrag auch schwierige Kulturen ebenso wie Ackerbahnen oder Erbsen oder was auch immer beschäftigen uns auch mit Mais und das bei uns herum in Waldviertel bei 600 Höhenmeter tun den Ertrag also bauen zwar niedrig eine Sort aber trotzdem weil man ganz einfach der Mais ist so irrsinnig eine interessante und schöne Pflanzen weil der irrsinnig viel Kohlenstoff im Boden einbaut und wenn man den Mais in der Fruchtfolge dementsprechend nutzt als Kohlenstoff Pumpe sozusagen im Boden dann kann der irrsinnig viele positive Eigenschaften haben wir haben natürlich im Mais drinnen Untersoten also wir haben mittlerweile eine alte Sämaschine umgebaut wo man dann im Sechsblatt Stadium mit der Sämaschine die Untersote reintrullen also dass die wirklich gedrillt ist früher haben wir es mit einem Gläser am Strahler nur gestrahlt da geht halt viel Sackgut verloren und dann hat man keinen Schein Aufgang nicht darum machen wir das mit der Drille es hat bei uns wenn es oft im Herbst ein bisschen später wird und es ist feuchter dass die Felder viel besser beförrbar sind und es ist auch so dass der Mais sobald er in die Fruchtbildung geht aufhört Kohlenstoff im Boden zum Einepumpen und übernimmt die Untersaat die Aufgabe und das sind Systeme die man ganz einfach ein bisschen neu denken muss da gibt es gewisse Herausforderungen aber es gibt mittlerweile genug Erfahrungen wie das Ganze gemacht werden kann so dass es auch funktioniert wichtig ist wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt gerade Untersarten da nicht großartig umeinander probieren das müssen die richtigen Sorten sein weil die müssen gewisse Anforderungen erfüllen also sprich hohe Wurzelleistung der von oben kein großartiger Konkurrent sein sie müssen wieder relativ leicht zum Eliminieren sein das sind Anforderungen wo man schauen muss was für größer Typen das dann erfüllen weil da gibt es so eine derartige Vielfalt dass man da nicht irgendwie dann Probleme kriegt mit irgendwelchen Futtergräser die was halt für ganz was anderes gezüchtet sind die ganze Thematik über die regenerative Landwirtschaft gelernt haben wir das vom Bodenkurse im Grünen also wir haben ja zweimal gemacht schon beim Dietmar Neser und beim Friedrich Wenz und Mittlerweile ist es so dass den Bodenkurs im Grünen Brunner Franz von Großburg und ich gemeinsam machen in Österreich weil es es sonst nicht mehr gegeben hätte wir haben dann gesagt es ist so schade dass der mehr oder weniger dann aufgrund von Zeitmangel von Dietmar Neser und Friedrich Wenz nicht mehr gemacht wird darum haben wir dann beschlossen wir machen die mehr oder weniger Moderation und haben den ersten Kurs gehabt und ich glaube ich war ganz erfolgreich da ist auch Dietmar Neser und Friedrich Wenz dann wie Online Schaltung dabei damit man Fragen stellen kann und dort schaut man sich dann auch die Themen ins Detail an egal ob das jetzt über Bodenproben ist dass man sagt okay was erkenne aus Bodenproben was kann ich aus lesen wie schaut das aus wie verstehe das Ganze die Nährstoffe zueinander oder wir machen Pricks Messungen mit verschiedenen Kompostespritzungen und so man sagt okay was kann ich aus einer Pricks Messung auslesen alles die Sachen die kann man dort dementsprechend auch lernen beziehungsweise die versuchen wir dort zum weitergehen aber auch mit anderen Messungen ebenso wie natürlich BH Messungen BH Wert und auch sämtliche anderen Leitfähigkeit die Dinge da gibt es immer auch überall die Unterlagen dass der Landwirt selber schlussendlich dann ein bisschen ein Werkzeug in der Hand hat mit dem was er arbeiten kann das was in Wahrheit nicht viel kostet und doch relativ schnell vielleicht einmal eine Entwicklung im Boden feststellen kann was auch noch das Thema ist wo wir sich auseinandersetzen ist mit den sogenannten Schwenktests am Schwenktest kann man relativ wenn man sich ein bisschen beschäftigt damit viel ablesen wie stabil sind die Krümel auf meinem Boden wie hoch ist der Huminstoff Anteil habe ich eher einen bakteriellen aktiven Boden oder habe ich pilzliche Aktivität im Boden das sind alles Dinge die was wir versuchen auch zum Lernen wir machen auch viel Humostammtische dort versuche immer so einzelne Teile zum Ausnahme und die dann dementsprechend zum Vermitteln gut schlussendlich kommen schon langsam zum Schluss die gute Idee mit kraftvollem Handeln führt zum Erfolg ich finde das sagt so viel aus man braucht ganz einfach eine gute Idee aber es hilft nichts wenn ich die beste Idee habe und setze die nicht um am Betrieb dann wird ich nicht erfolgreich sein das heißt ich brauche das kraftvolle Heimung und da geht es auch darum mit was für Energie Aufwand setze ich das auch um dass ich da wirklich erfolgreich bin und die kann ich nur wünschen weil ich weiß wie es mir gegangen ist schlussendlich also ich kann ihnen nur wünschen viel Mut für Neues dass man sagt okay man geht neue Wege man versucht dort Dinge zu machen die was vielleicht nicht alltäglich sind wo man sich nicht auskennt da braucht man ein bisschen Mut dass man was macht aber es geht um die Konsequenz dass man Dinge umsetzt wo man sagt okay ich weiß dass das richtig ist aber wir setzen das um das geht es auch dann braucht man natürlich auch ein bisschen Geduld die Geduld das ist so eine Sache ich bin auch absolut geduldiger Mensch zum Teil habe ich auch das Gefühl wir haben nicht mehr viel Zeit also recht geduldig sollte man eh gar nicht sein es würde schauen dass wir möglichst schnell auf die reingehen kriegen das Ganze und das Letzte hat bei der ganzen Umsetzung und sich mit dem Mikrobiom beschäftigt dann entsteht ganz einfach ein anderes Lebensgefühl auch für einen Söben und die Freude an der Arbeit macht ganz einfach viel aus und ich habe momentan zwei Praktikanten aus Deutschland die sich über die regenerative Landwirtschaft beschäftigen und da haben wir am Ocker Trosten sind oft richtig viel Freude dabei und das ist eines von den wichtigsten Dingen die man haben sollte weil nur das macht schlussendlich das Leben in Freude quasi für einen gesunden Boden und schlussendlich für lebendige Erde in diesem Sinne die Humus Bewegung möchte noch ein paar Gesichter her zeigen das sind die Gesichter die momentan hinter der Humus Bewegung stehen da ist Christoph Felgen treuer Gernot Bodner Dittman Eser Gerhard Weishöp genauso dabei wie Brunner Franz oder Dominik Christophel oder Gerald Dunst von der Öko-Regierung Keindorf Das sind alle Menschen jeder für sich hat vielleicht ein bisschen andere Ort oder Anschauung über das Bodenleben oder über das was sich drinnen im Boden ausspielt schluss schlussendlich geht es aber doch darum dass alle um die gleiche Sache geht es geht darum das Leben in der Erde zu vermehren und dementsprechend weiter zum entwickeln und schauen dass man durch das wo ja dann der Kohlenstoff eingelagert wird im Boden das Klima vielleicht doch das eine oder andere gerade ein bisschen so weit unten halten können dass wir dementsprechend lang und nur überleben können auf dem Planeten weil sonst wird schwierig in diesem Sinne wenn sich interessiert die humus bewegung wie gesagt www.humusbewegung.at dort versuchen wir immer die ganzen Neuigkeiten alles was man so weiß kundtun und dort das zum vermitteln kann man reinschauen wer sagt okay ich würde gerne mitmachen gerne melden bei uns wir sind natürlich gern bereit mit allen zusammen arbeiten und versuchen jedem zum helfen so wie es geht in diesem Sinne sage ich einmal danke für die Aufmerksamkeit es ist ein bisschen schwierig wenn man nur in einen schwarzen Bildschirm schaut und quasi niemanden sieht ich würde viel lieber vorn doch in einem Wirtshäusel sitzen und würden dementsprechend ein paar Leute vor mir haben mit denen was man dann redet weil es sind die Beziehungen zu den Menschen die das Leben lebenswert machen in diesem Sinne danke vielen Dank für den tollen Vortrag ja gemütlich zusammensitzen war aber so anders es gibt ein paar Fragen und zwar die erste eben Thema Klimawandel Anpassung wie schaut es aus mit konkreten Erfahrungen dass auf Flächen die mit der richtigen Fruchtfolge mit der richtigen Begrünung und so weiter bearbeitet werden da weniger abgeschwemmt wird als konventionellen Flächen ja also das ist ja generell die Erfahrungen die machen ja sehr viele relativ schnell also sobald man eine Begrünung irgendwo hat und mit der Boden Bearbeitung ein bisschen reduziert sind immer die Abschwemmungen sofort das erste was man sieht was weniger werden wie gesagt die Schwierigkeit ist natürlich immer das dass man den Boden ja am Laufen halten muss was die Nährstoffdynamik betrifft also sprich wo ja dann der Ertrag dran hängt und wenn ich jetzt sage okay es hilft mir in Landwirt hilft es jetzt nichts wenn ich sage okay super mein Boden schwärbt sich überhaupt nicht an aber ernten tue ich auch nichts mehr also das ist so ein bisschen eine Problematik die sehr viele Betriebe miterleben warum sie sagen na gut dann muss ich wieder tief reingreifen und das ist ein bisschen so der Sport oder die Dynamik was man dort hat das zu begreifen okay wie viel ist notwendig dass ich Bodenbearbeitung mache und schlussendlich wenn ich eine runde Krümelstruktur habe schwärbt dann nicht so auch wenn die Nährstoffdynamik hoch ist okay die nächste Frage was sind so geeignete Untersaaten oder Beisaaten wenn wir jetzt vom Mais oder vom Erdapfel und so weiter ausgehen also wir arbeiten ja mit sogenannten M2 das ist eine Untersaate was seit Jahren entwickelt worden ist von der DSV alles Untersaat also da sind deutsche Weidelgräser drinnen und weiß die wir uns dann noch ein bisschen ergänzen mit Facelia und Leindotter die im Prinzip wie gesagt gerade bei Untersaaten muss man aufpassen weil sie dürfen natürlich nicht durchwachsen und sie dürfen auch die Kultur nicht beeinträchtigen das sind die Dinge die was man dort natürlich immer im Blick haben muss als Beisaaten wie gesagt da gibt es viele Entwicklungen momentan beim Raps hat man sozusagen am ersten Anfang dort hat man die Brassica Pro entwickelt die wird ja mittlerweile in vielen Bereichen umgesetzt so wie Bio wie auch konventionell und da weiß man die funktioniert mit hoher Wahrscheinlichkeit also da hat man auch sehr viele positive Effekte bei den Kartoffeln war es auch so dass wir mit der Brassica Pro angefangen haben wir haben ja wir heizen bei dem Versuch vier verschiedene Varianten ausprobiert wobei wir halt nach und da drauf gekommen sind okay wir haben eine Variante wo ein bisschen ein Großanteil noch drinnen ist die ist wesentlich besser gewesen jetzt im gesamten Verlauf rein von der Optik her von der Bodenstruktur her und so und von der Verteilung her als wird die Brassica Pro die wir bis jetzt genommen haben also wir werden in Zukunft dort auch noch ein bisschen in deinem Bereich ja da heißt es noch viel ja probieren auch und nächste Frage was sind so ganz konkrete Angebote von euch als Humus Bewegung was macht sie für die Landwirte also wir wir bieten in erster Linie natürlich durch unsere Humus Stammtische versuchen wir also wir haben ja lange Zeit überlegt was fällt denn überhaupt weil ich sage einmal man braucht nicht also das war vor dem Mai auch so sage ich wir brauchen nicht irgendwas machen das was sowieso alles gibt und ich sage mittlerweile es gibt mittlerweile tausende Videos die was man sich im Internet anschauen kann wo man wo man alles über Boden Fruchtbarkeit sieht also da kann man stundenlang sozusagen sich Vorträge anhören die Schwierigkeit ist immer dann wenn der Landwirt direkt am Rackertrasten die Entscheidung treffen muss da ist er dann alleine und das ist das ist das wo natürlich auch die für uns die Herausforderung ist wo man sagt okay wenn man die Landwirte genau dort helfen wollen wo es dort die größten Probleme gibt das sind meistens dann die Bereiche wo das was am schwierigsten ist oder am schlechter zum finanzieren ist weil du hast lange Anfahrtswege wenn du dort zu einzelnen Bauern dann hinfährst und dem eine Beratung vor Ort bitten willst jetzt machen wir das so dass wir das viel mit Humostandische in Kleingruppen machen wo man sagt okay ein paar Betriebe schließen sich zusammen und wir gehen dann dort hin und versuchen direkt auf die Betriebe dann eben das zu erörtern was für Maßnahmen als notwendig sind weil das Problem ist ja meistens dass man man fährt irgendwo hier auf den Betrieb und schaut sich dort auf den Betrieb was tolles an dann guckt man am eigenen Betrieb wie das umsetzen funktioniert nicht also man muss am eigenen Betrieb sozusagen haben der sagt okay unter deinen Bedingungen mit deinen Geräten was du hast mit den Gerätschaften war das am besten wenn du es so machst und das ist das was wir versuchen zum umsetzen jetzt war ich habe schon Humostandische dabei als Außenstehender und nicht als Landwirt aber ich habe das total faszinierend gefunden welche Versuche ihr da macht vor Ort die eigentlich sehr primitiv sind aber viel Aussagen was sind das für Versuche ja wir versuchen Dinge zu messen also der Dietmar Neser sagt immer alles was man messen wiegen und zählen kann soll man auch messen wiegen und zählen und das ist das was wir versuchen natürlich eins von die wichtigsten Dinge wo ja viel zu hingeschaut wird ist der pH Wert der pH Wert verändert sich permanent der muss man sozusagen als Landwirt im Blick haben wenn man den nicht im Blick hat hat man echt ein Problem das nächste ist natürlich wo man sieht ob jetzt ein Boden einen starken Niederschlag aushalten oder nicht da kann man einen Wasserversicherung Test machen man schlagt ein Rohr zum Beispiel in eine Erde und füllt dort einen Liter Wasser oder simuliert dort einen Niederschlag von 100 Millimeter und schaut wie lang braucht der Boden damit er das Wasser aufnimmt und da haben wir zum Beispiel in Weinviertel unten einen Versuch gemacht wo man auf der einen Seite ist nicht ganz im Kopf in drei Minuten oder nach 20 Minuten waren die 100 Millimeter Niederschlag weg und bei den anderen haben wir nach einer halben Stunde abbrochen und wie man das ausser da haben war das nur mehr zu runter also und das sind die Dinge die was man dann auch sehr veranschaulichen kann wo man sagt okay was passiert wenn der Regen dann einmal kommt weil irgendwann kommt er es ist ja nicht so dass er gar nicht kommt irgendwann kommt er und da soll er im Boden gehen und er soll aufgenommen werden und nicht irgendwo weg erinnern und wo möglich nur Erden mitnehmen die was dann vielleicht irgendwo anders wieder ein Problem macht und bei dem Humus stammt ich habe erlebt wie du an die junge Landwirtschaft appellierst und immer wieder sagst dass sie rausgehen müssen aus dem Traktor fahren ist zwar irrsinnig schön aber sie müssen halt einmal absteigen und sich den Boden anschauen und das ist ja mich total fasziniert dass man sogar durch schmecken wissen kann was dem Boden fehlt oder was der Boden braucht also gerade der Geruch und das ist ja das was ich sehr oft in die Online Seminare auch bekriebt haben normalerweise wird jeder von uns zumindest ein Hauen von Erden bei sich haben und riechen weil der Geruch von der Erde ist das um und auf also man riecht so derartig viel außer ich sage immer der Herrgott hat uns nicht um sonst die Nase entmitten gesetzt ins Gesicht sondern das hat einen Grund gehabt das ist eigentlich das wichtigste Teil das was wir haben und wo man relativ schnell entscheiden kann ist das jetzt ein guter Geruch oder ist das ein fauliger Geruch das sind Dinge die braucht man niemanden lernen das könnte man relativ schnell also wenn was stinkt stinkt das kann man relativ schnell feststellen und man riecht sogar zum Beispiel die Akten die Faden Pilze die riechen so ruhmig karotig so kellerartig so angenehm halt und da weiß man okay wenn die Faden Pilze einmal da sind das ist schon ein gutes Zeichen dass der Boden in einer sehr weiten Entwicklung ist weil da sind schon viele Dinge dann in die richtige Richtung unterwegs und wenn du jetzt durchs Weinviertel fährst und die Landwirtschaft anschaust wie sollte die jetzt ausschauen was wäre der Wunsch also ich bin relativ viel unterwegs gut sein muss sagen weil die gehen draußen auf die Felder auch im Weihviertel und ich habe einmal die Aussage gemacht ich habe gesagt dass wenn das Weihviertel nicht oder wenn dort nicht bald umdenken ist und so wird dort sozusagen die Landwirtschaft mehr da meine ich an die Wand fahren beziehungsweise es wird dort keine Landwirtschaft mehr geben ich glaube dort muss weil auf der einen Seite gibt es natürlich Gebiete die was sehr stark bewässern können dort funktioniert es ja noch natürlich aber es gibt Gebiete wo man nicht mehr bewässern oder wo es halt irgendwie dann nicht mehr geht und die Frage ist ist das sinnvoll weil das Wasser zum Auf Verbunden und da muss ich sagen die Grafik darum habe ich die Grafik mit rein da die mit der Wasserstoffdynamik im Boden ich glaube dass das Weihfeld gut beraten wäre wenn sie mit Agrokultur auseinandersetzt wenn sie mit Mobracing auseinandersetzt wenn sie mit all diesen Dingen auseinandersetzen ich glaube das sind die zukunftsträchtigsten Systeme wo man wahrscheinlich noch irgendwie langfristig eine Landwirtschaft aufrechterhalten kann sonst wird das irgendwann einmal Wüste oder Steppe Ja jetzt der Wasia war dass ihr jahrelang schon experimentiert und probiert und die Zeit wird schon ein bisschen knapp oder ihr habt ihr da über eigentlich 10 20 Jahre schon eure Erfahrungen gesammelt und braucht bis ihr quasi gewisse Böden einstößt wenn ich das jetzt so leidenhaft sagen kann also wir haben letztens mit Christoph Felgentreu auch wieder ein Treffen gehabt und er hat auch gesagt er hat echt ein bisschen Angst dass man es nicht mehr da rein wie es momentan ausschaut es ist wirklich schlussendlich feiern doch und ich glaube es ist Zeit dementsprechend zum arbeiten ich bin grundsätzlich immer ein positiver Mensch und versuche immer Lösungen zum suchen oder und es hilft mir nichts wenn wir jetzt irgendeine Resignation verfallen sondern wir müssen nur ganz einfach die Dinge angehen ganz einfach so wie ich gesagt habe ein bisschen Mut haben für was Neues die Dinge konsequent umsetzen und auch dementsprechend versuchen mit Freude an die Sachen herangehen und nicht nur das ganz letzte finanzielle vielleicht sehen sondern ja einmal ein bisschen doch weiter denken und sagen okay in Summe wird es vielleicht dann wieder zurückkommen und es gibt einen kleinen Spruch den was ich auch ganz gerne immer verwein man muss Geld gerne ausgeben dann kommt es auch wieder gerne zurück und das kann ich noch bestätigen also die die was sozusagen nur werden wir entsparen und sozusagen die werden auch dort irgendwo einmal kommen dann auch irgendwann zu dem Punkt dass quasi gar nichts mehr zurück also es geht nicht darum aber da geht es darum gern ausgeben heißt für die richtigen Sachen wenn ich eine richtige Maßnahme selbst dann kommt da wieder ein Geld na gut wenn es dann keine Fragen mehr gibt dann ich habe noch zwei Termine einen Termin aus unserer Vortragsreihe der nächste ist dann am 8.10. um 18 Uhr in Ladendorf zum Thema früher war alles später die Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Natur und die zweiten Termin von der Humusbewegung es gibt bei uns in der Klarregion einen Humusstammtisch in Sulz im Weinviertel und die Termine wie der Hubert schon gesagt hat findet man alle bei der Humusbewegung unter Alex kann man da kommen zum Humusstammtisch kann man da kommen einfach so ja natürlich gerne ok ja dann schau ich mir das gerne mal an weil ihr wirklich glaubt ihr sitzt im Wirtshaus aber ja schau ich mir gerne mal an Humusstammtisch ist alles andere als sitzen vielleicht zum Schluss ein bisschen aber sonst ist es sehr interessant jetzt kenne ich mich aus ich weiß was du siehst danke Humusstammtisch ist natürlich unterschiedlich wir haben auch immer wieder in Lokale irgendwelche Vorträge natürlich aber in erster Linie versuchen wir natürlich am Feld Trosten zum Seien im Betrieb Trosten direkt vor Ort gut dann bedanke ich mich herzlich bei dir lieber Hubert danke für den tollen Vortrag und den Input ich glaube wir können uns einiges mitnehmen und es liegt viel Arbeit vor uns vor allem bei uns Klarregionen mit der Bewusstseinsbildung da einige Akzente zu setzen und zu schauen dass da ein Umdenken stattfindet weil es ist nicht mehr fünf vor zwölf sondern fünf vor zwölf sondern schon wirklich fünf nach zwölf und müssen was tun so ich vielleicht eine kurze Werbung in eigener Sache machen eh für die Klarregion aber nicht bei euch unten sondern bei uns aber wenn es interessiert die Klarregion Litschau oder weiß ich gar nicht obere Waldviertel heißt die Klarregion da haben wir gemeinsam mit der Humusbewegung die Anita Idel am freitag gibt es Termine auf der Humusbewegung die Anita Idel hat das Buch geschrieben die Kuh ist kein Klimakiller ist eine deutsche Tierärztin und beschäftigt sich auch mit dem Thema eben schlussendlich auch Mobgrasing und eben dass schlussendlich die Wiederkäuer Humus aufbauen und das glaube ich ist auch ganz spannend also wenn das interessiert das ist am freitag am Abend und am samstag in oberösterreich haben wir noch einen zweiten Termin mit Ja darf ich vielleicht noch eine Frage stellen bevor wir jetzt Schluss machen Ja Ihr könnt Herrn Hubert eine Frage ich bin Landwirtschaftslehrer in Mistelbach ziemlich in der Nähe von dem nächsten Stammtisch den du da machst darf ich da mit einer Schülergruppe auch vorbeikommen Ja natürlich Das sind 20 junge Leute die Betriebe haben das ist die Agrohack von Mistelbach und Lahr und nur wollte ich jetzt fragen wie wird das dann anrennen das ist bei dem Otto Läubel daheim also nicht dass der überfordert ist wenn ich da mit zwei Busse auftauche Also die Koordination macht ja immer bei uns der Andreas Karl Barth und da am besten eine Mail schreiben an den Andreas und der koordiniert das dann und schaut auch dann dass der die Abwicklung macht und so aber das ist kein Problem Super weil das darf sich nämlich gut ergeben und wie lange dauert das ungefähr? Ja es kommt immer auf die Gruppen drauf an natürlich wie viele Fragen alles sind und auf was man eingeht wir sind halt ein bisschen flexibel meistens so zwei, drei, vier Stunden so in deinem Bereich bewegt sich halt das so meistens fahren wir am 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 und dann bis an vier, fünf so in deinem Bereich bewegt sich das dann Na sehr gut Übrigens ich habe gerade einen Praktikanten von Mistelbach und muss ich noch sagen gratulieren muss ich noch gratulieren Super Sehr gut dann sehen wir uns am 28. Danke Danke für den Vortrag Okay Gibt es sonst noch weitere Fragen? Gibt es sonst noch weitere Fragen? Gibt es sonst noch weitere Fragen? Vielen Dank Gibt es sonst noch eine Frage?